what up everybody was wir freunde die online classes sind wieder am start heute ein neues tutorial neue choreographie mit carina wir haben urban choreo level 2 ja es wird auf jeden fall nice viel spaß hallo willkommen zurück bei meinem neuen tutorial mit urban choreo teil 2 heute habe ich zwei special sexy assistants bei mir einmal sexy assistant nummer 1 einmal sexy assistant nummer 2 viel spaß dabei das piece was wir heute lernen ist an und für sich keine schwere choreo aber sie ist mit viel additiv verbunden deswegen habe ich einmal sexy assistant 2 und so weiter ich bin gespannt wie sie es meistern und wir starten auch schon gut füße haben wir zusammen am anfang wir starten auf eins wir nehmen einmal links bein gehangen wir step nach außen eins zwei drei vier genau ganz einfach basic step links nach außen eins zwei drei vier genau was wir machen können wir können die hüfte schon mitnehmen nach außen eins zwei drei vier genau schön kreisen nach außen reichen nach außen reichen nach außen reichen nach außen genau reichen nach außen genau am amen wir mit ich mache so wie ein leichtes x nach außen wir öffnen wir gehen zurück wir öffnen gehen wir wieder zurück und wie schaut da an sie uns funktioniert funktioniert alles funktioniert alles gut gut wir haben eins zwei drei vier wir gehen mit dem linken fuß nach vorne wir haben einmal step und step Rechter Fuß geht immer nach hinten, genau, da könnt ihr ruhig den Fuß ein bisschen steifer nehmen. Wir haben 1 und 2, wir gehen jetzt mit rechts vor, wir drehen uns, gehen wieder zurück. Wir kombinieren das mal nur mit den Füßen von Anfang an, wir haben 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 3, 4, 5 und 6, 7, 8 und 1. Genau, Arme dazu, die ersten Schritte haben wir schon erklärt, wir haben einmal open, close, open, close. Nun nehmen wir, was ist der Schluss? Ne, ich wollte. Echt? Ne, klatsch? Von Anfang an, wir haben 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 3, 4, wir nehmen jetzt linke Hand, gehen vor den Körper, genau, und rechter Arm geht nach oben, 1, 2, genau, wir haben mit dem Fuß dazu, wir haben 1, 2, wir gehen rundherum, 3, 4, genau, wir nehmen die Hand hinter den Kopf, genau, und von da haben wir 1 und 2, wechsel, 3 und 4, mit den Armen, die gehen immer von hinten nach vorne, wir haben 1 und 2, 3 und 4, gut. Schaut nice aus jetzt. Wir machen es nochmal langsam für euch, für die zwei von vorne. Wir haben 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 3, 4, 5 und 6, 7, 8 und 1 und 2, 3 und 4, genau, und immer schauen, body gut, body weight, on body weight, genau, Füße kenne ich schöner, oben ziehen, rechts nach oben, gut. Wir machen ein bisschen weiter, wir machen weiter, wir sind, alle von den rechts nach hinten, 5, 6, 7, 8, wir nehmen den rechten Fuß, step, step, close, step, close, genau, wenn wir den Schritt machen, gehen wir immer leicht nach unten, wieder hoch, leicht nach unten, wieder hoch, aber nehmen wir einmal rechts und links und wenn wir den Schritt machen, schauen wir immer mit dem Kopf auf die Seite, wo wir die Hand nach außen rücken, genau, das heißt, wir gehen einmal links für den Kopf, wir schließen, rechts und schließen, genau, ganz einfach, einfach nur, open, close, open, close, von da weg, wir sind ein bisschen sexy, wir sind mit den Füßen, zum Schluss zusammen, gehen dann auseinander, aber einmal, 3, 1, 2, 3, 4, eigentlich ganz easy, mit den Armen gehe ich, 1, 2, 3, 4, von unten, nach oben, sehr gut, sehr gut, sehr gut, ich bin gespannt, okay, wir kombinieren das Ganze von Anfang an, wir haben 5, 6, 7, 8, und 1, 2, 3, 4, 5, und 6, 7, 8, und body, wave, body, wave, und step, close, step, close, booty, booty, shake, booty, shake, yes, alright, ich bin gespannt auf das Video, Zuschauer sagt wieder zu, schön, 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 nice, nice, okay, von da weg, jetzt aufgepasst, wir gehen einmal mit, wir springen auf die linke Seite, wir öffnen, genau, hier haben wir gestreckt, hier haben wir angehinten, wir ziehen zusammen, wir machen das weiter auf die andere Seite, wir schließen, wir öffnen nochmal, und diesmal machen wir einfach kurz ein Bounce, Bounce, genau, und immer schon die Schneckelein, jetzt, gell, okay, wir machen es doch mal, fühl die Füße, 5, 6, 7, 8, und 1, 2, 3, 4, 5, und Bounce, Bounce, genau, von hier weg, stay low, stay low, stay low, bounce, bounce, und jetzt, nehmen wir rechte Fuß, tip, 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 Oberkörper 90 zurück, wir gehen mit dem linken Fuß leicht in die Knie, und haben einmal, tip, 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 auf die Knie, genau, genau, schön den Baufmust und anspannen, genau, okay, wir machen nochmal von hier, okay, wir haben 5, 6, 7, 8, und 1, 2, 3, 4, und Bounce, Bounce, tip, 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 yes, Arme dazu, wir öffnen, rechte Hand gestreckt, linkern angewinkelt, wir schließen, wir öffnen, wir schließen, wir haben Bounce, Bounce, und tip, 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 nehmt die Arme einfach mit nach oben, genau, das heißt, langsam für euch zu Hause, wir haben einmal, Open, Close, Open, Close, Bounce, Bounce, Step, 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 yes, alright, wir probieren es von Anfang an, wir haben 5, 6, 7, 8, und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, und Body, Wave, Body, Wave, und Step, Close, Step, Close it, Check your booty, und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, und 8, yes, genau, da können wir ruhig noch ein bisschen mit dem Kopf gehen, genau, und jetzt habe ich es vergessen, Willkommen zum allerletzten Schritt, ganz einfach, danach gibt es nur noch viel Self-Hard, und nächste Woche bekommt ihr dann den zweiten Teil, Okay, wir sind einmal bei dem Tipp, 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 wir haben einmal, rechte Fuß öffnet sich, wir gehen einmal unten durch, Tipp, wir gehen unten durch, und steppen den rechten Fuß, genau, das ist einmal rechts, Tipp, links, Tipp, Arme dazu, und hier, wir gehen einmal unten durch, Tipp, unten durch, Tipp, Und danach gibt es nur noch Freestyle, alright, wir machen es einmal komplett ohne Musik, und danach mit Musik, jawohl, ready, set, go, ja, 5, 6, 7, 8, und 1, 2, 3, 4, 5, und 6, 7, 8, und 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Das ist jetzt der letzte Mal. Alright, seid ihr bereit? Make Musik. Let's go. Let's be sexy, okay? Sexy, I wanna say sexy. Sexy for you. Good, you are sexy. Let's go. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank fürs Mitmachen und Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt mit den beiden. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Im nächsten Video. Das war nicht ganz deutsch. Egal. Bis auf, viel Spaß. Und wir sehen uns. Okay, Freunde. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt den ganzen Daumen hoch. Like, Subscribe unten in den Kommentaren. Lasst uns wissen, was ihr gerne lernen wollt. Was ihr gerne mehr sehen wollt. Und schreibt einfach rein, was ihr generell über unsere Videos denkt. Uns würde das Ganze freuen. Wenn ihr Infos zu unserem Tanzstudio wollt, unter www.dbacrew.at Oder unten in der Beschreibung findet ihr alle weiteren Infos. Und ja, jetzt gibt's nicht mehr zu sagen, als die DBA Stronger Together. Wir freuen uns auf euch im nächsten Video. Peace. Ciao, ciao. Geh. Bye, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Vielen Dank.